So regierst du deine Heimatstadt in drei Schritten. Schritt 1. Mach es wie Dieter Schwarz und erschaffe in deiner Heimat ein Firmenimperium. Von der ersten Lidl- und Kaufland-Filiale bis zur Schwarz-Gruppe mit dem Park für künstliche Intelligenz. Sein gesamtes Business hat er in seiner Heimat Heilbronn gestartet. Alle Politiker lieben ihn. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich sogar mit 50 Millionen daran, dass er in einem neuen Stadtteil künstliche Intelligenz fördert. Schritt 2. Spende und stifte den Shit aus seiner Stadt heraus. Kirchensanierungen, Universitäten etc. alles von Schwarz bezahlt. Damit baust du dir ein Saubermann-Image auf und jeder weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Schritt 3. Halte dich komplett aus der Öffentlichkeit fern. Schwarz ist so mächtig, dass die komplette Presse angeblich aus Respekt darauf verzichtet, von ihm Fotos zu machen. So wird er als Phantom gefeiert, weil es sich niemand mit ihm und seiner Macht verscherzen will. Zusammenfassung